Mein Name ist Frederik Grimm, ich bin Produktmanager bei TQ. Endlich haben wir es geschafft, wir haben den neuen ILME fertig entwickelt und vorgestellt. Der ILME ist die neue Referenz im Frameless-Motorenmarkt und das zu einem absoluten Spitzenpreis-Leistungsverhältnis. Der ILME war und ist mein absolutes Herzensprojekt. Seit fast zwei Jahren haben wir unermüdlich daran gearbeitet, ihn zu dem Produkt zu machen, das er heute ist. Man kennt ja aus dem Hause TQ bereits den ILM-Motor. Der ILM war immer die technologische Speerspitze und war am Markt unübertroffen. Der ILME ist mit seinem E die konsequente Evolution von diesem ILM-Produkt. Er ist flexibler, er ist leichter, er hat fast die gleiche Leistungsfähigkeit. Mit diesen Eigenschaften ist der ILME in einer Vielzahl von Applikationen der perfekte Partner. In der Produktion kann er glänzen durch seine Drehmomentdichte, durch seine Dynamik. In der Medizintechnik kann er glänzen durch seine Effizienz, durch seine geringe Temperaturabgabe. Und in vielen anderen Applikationen können diese Eigenschaften hilfreich sein, Lösungen zu realisieren, die davor undenkbar waren. Aber was macht den ILME so besonders? Sein rahmenloses Design, die maximale Anpassbarkeit, die hohe Drehmomentdichte und die geringen Verluste. Mit diesen Eigenschaften können alle denkbaren Lösungen umgesetzt werden. Und gebaut wird das Ganze hier, in Bayern, in Deutschland. Qualität 100% made in Germany. Wunderbarkeit, die Missionary. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.